Wir gehen knapp daneben! Kaliber 50, Raketen, nichts passiert! Wo ist der Rest Ihres Platons? Erledigt, Serge. Sind wir bald auch, Sir, wenn wir hier nicht verschwinden. Verletzt, Marine? Nein, Sir. Dann hören Sie zu! Als ich mich beim Chor gemeldet habe, gab's noch keine Luxus-Panzer! Wir hatten Stöcke, zwei Stöcke und einen Stein für ein ganzes Platon! Und den Stein mussten wir teilen! Kopf hoch, Junge! Du hast echt Glück, Marine! Was ist mit diesem Scarab? Wir haben das noch durchgespielt! Sie sind tough, aber nicht unbesiegbar! Haltet euch beim Master Chief, er weiß, was zu tun ist! Ja, Sir, Sergeant! Danke für den Panzer! Mir bringt er ja nie was mit! Oh, ich weiß doch, was da mögen! Ja, das weiß ich auch! Einen fetten Panzer! Wir haben ein Fahrzeug hier, ich habe ein Snapping-Ware mitgenommen. Wo ist eigentlich mein Marine mit einem Raketenwerfer? Der ist hier! Aber der andere Marine mit einem Raketenwerfer! Ich habe doch noch einen Marine mit einem Raketenwerfer gehabt! Sei es drum! Ähm... Okay, die treiben sich da vorne rum! Ich würde mal sagen, let's go, ne? Tja, dann werfen wir mal Steine und Stocken, ne? So wie früher! Und da hinten irgendwo! Verstecken sie sich sicher hinter dem da, ne? Irgendwo dahinter waren die! Ich habe schon mal gesagt, dass ich einen Panzer mag! Nur den da hinten mag ich nicht! Oh, jetzt fallet er da aber ganz gefährlich! Der ist auch so laut, ne? Oh, ich wem mir fast vor die Kanone! Gibt nichts Schöneres! Einmal auf, hier rumzuexpedieren. Das ist das Loch, wo wir unten durchgefahren sind, ne? Wo er reingeballert hat. Glaube ich. Wir sind ja auf einer Brücke. Unten ist Wasser. Oder? Ja, unten ist Wasser. Aber es war ein netter Versuch. Oh yeah, mehr Marines. Wir blockieren immer. Ich steig auf der Seite auf hier, Baby. Dann habe ich eine Seite vor mit Raketenwerfen. Ey. Ey, Mann, das nochmal. Komm nur. Ach, dich alle jetzt. Oh, scheiße. Wo kommen die Benches? Einer ist schon tot? What? Oh, fuck. No, 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 no. Der andere ist auch schon tot. Gute, die andere. Nein, da kommen Benches im Hintergrund. Ich will doch heute einen Raketenwerfer aufnehmen. Lass mich. Danke für die Scheiße, mein Mann. Wo liegt der Raketenwerfer? Den brauchen wir nämlich sicher noch. Ruhe in Frieden. Ich bin Fancy. Ich weiß, dass du drin bist. Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass ich die ganze Zeit, wenn meine Marines wenigstens gucken würden, von wo die Flieger kommen. Boom. Hab ich den getroffen? Heftig. Das ist kacke, wenn die mich von hinten angreifen. Oh. Ich M-G-Dich weg, Junge. Da kommt, was du noch hebst. Ach, wie, wo? Sprüh ein bisschen Wundsalbe drauf, dann geht das. Sprüh Wundsalbe drauf. Aha. Eine Salbe, ne? Zum Einreiben. Drauf sprühen. Eine Marktlücke. So. Irgendwann müssen nochmal Benches kommen. Ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, dass das alle waren. Okay. 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 Da daft. Hebe is down. Gott sei Dank Die fliegen sogar, wenn sie getroffen werden Oh, werden What? Ja, super, noch Ich dachte, der Scheiße noch mal Zwei Los jetzt, los doch, auf geht's Hier bestärken sich irgendwo noch Ganz kurz eine Frage in den Chat Ist die Lautstärke gut? Ich frage, ist ja ein Lifeless Play Für alle, die sich auf YouTube gucken, nachträglich Oder auf Twitch, also Video Ist die Lautstärke gut? Oder ist das M-Git zu laut? Ist das Spiel ein bisschen zu laut? Hm, Freunde Ein bisschen zu laut Das liegt wahrscheinlich nur dann Also wenn ich in den Fahrzeugen bin, glaube ich Kriege ich den Panzer da durch? Wenn ihr mir vor die Flinte läuft Ganz bestimmt nicht Beim Schießen kriege ich immer so leise Ich kann es noch ein bisschen leiser machen Ich glaube, das liegt halt am Panzer, ne? Ich gehe mal aus dem Panzer raus Ich glaube, das liegt einfach daran Wenn ich in den Fahrzeugen bin Sind die Fahrzeuge so wahnsinnig laut Da drüben wird hart gekämpft, Sir Nehmen Sie das Klar Ich tausche den Gegner gegen meinen Raketenwerfer Hier, viel Spaß Ich warte nur drauf, bis ich sich die Luft gesprengt habe Sind Fahrzeuge, ne? Fahrzeuge sind verdammt laut Hallo Wir sehen meine Marines Hallo So Ne, du bist der Falsche Nehmen wir gut auf den jetzt, ne? Damit wird die Verletzungsgefahr vehement zurückgeschraubt Ja, das war zu viel Das war einfach zu viel Wenn ich jetzt nach hinten falle, befalle ich den sicher wieder Toller Speicherpumpe übrigens Ich sag's nur Let's go Da drüben wird hart gekämpft, Sir Nehmen Sie das Oh, da willst du doch noch einen Raketenwerfer Ich lass die anderen ein bisschen Spaß haben hier, ne? Ja, bis zum nächsten Mal Ich hab schon mal gesagt, dass ich die Schökalen lasse Wir sind schon alle tot? Alter, was haben wir für Pfeifen hier im Dienst Kann man ja gar nichts Ach egal Jetzt muss ich wieder diesen Spawnpunkt mit dem Panzer lassen Hey Kontakt verloren Ja, genau Er springt unter den Panzer Da drüben wird hart gekämpft, Sir Nehmen Sie das Ja, dann nehmen die Scheisse dir Viel Spaß damit Anstrengende Holzhuse Ich tausche eine Raketenwerfer gegen eine Schrotflinte Die hauen nicht einfach so ab Wo daneben Hast du schon, oder? Okay Ruhig, Blut Nehmen lieber den hier Guck, guck, guck hier ist sich versteckt Die Sau Richtig so Das hat verdient Der hat sich da einfach versteckt gehabt, deswegen bin ich gestorben vorhin. Genau, zeigt's ihnen! Yeah! Ich hab was gehört hier. Zeig dich doch. Nicht langsamer werden! Bleiben die jetzt hier drin eigentlich? Ne, die kommen mit. Schärfschützengewehr und Raketenwerfer. Ich hab ein ungutes Gefühl dabei, ganz ehrlich. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020